David Degen enteilt erneut, Taurant, Czaka, Degen und Frey, das ist der 1 zu 0 Treffer für den FC Basel. Das hat sich ein bisschen abgezeichnet, denn Czaka ist in diesen Laufduellen mit David Degen überfordert. Das ist stark gemacht von Degen und dann Alex Frey, der völlig frei aus 5 Metern zum Kopfball kommt. Zuteilung in der GTA, wer stimmte überhaupt nicht. Frank Fetcher. Da ist die Möglichkeit für Gashi, Latte, dann Ben Carifa, Ausgleich 1 zu 1. Ganz stark von Frank Fetcher, kein Offsides. Gashi, zuerst dann die Latte, da war Jan Sommer noch dran und dann Nassim Ben Carifa. Vor Gaston Saurau am Ball, kann diesen Abstauber verwandeln zum 1 zu 1. Super von Frank Fetcher, der den Ball über die gesamte Basel-Abe erhob. Dann der freche Versuch aus 40 Metern, der zum 2 zu 1 für den FC Basel führt. Ja, ja, das waren 40 Meter, Bürki stand viel zu weit vor seinem Tor und dann versucht es Giliapi einfach mal. Raffiniert gemacht vom Ivorau und da sieht Bürki natürlich überhaupt nicht gut aus. Guter Pass, Möglichkeit zur 2 zu 2. Gabral insistiert noch, noch einmal quergelegt und dann ist der Ausgleich perfekt. Hier Ben Carifa zuerst, der zu lange zögert mit dem Abschluss, dann aber sehr gut die Übersicht behält auf Mergim Brahimi. Er völlig vergessen ging und die FCBA wäre völlig indisponiert. 2 zu 2 im letzten Rund zwischen den Grasopas und dem FC Basel.